Ich bin natürlich Molli hier. Molli. Was ist denn du so grau? Was ist das hier? Guck mal, ich kann das aufheben. Heu. You need the basement key. Okay, haben wir. Unsympathisch mit den Messern in der Wand, muss ich sagen. Jetzt renn nicht so weit, es flackert schon. Ja, und? Mann, ich hab jetzt schon die Hosen voll, okay? Ich glaub, da ist wer am Ende vom Gang. Bist du Anna? Anna! Oh Gott, was kommt denn? Nein! Die macht doch gar nichts. Was ist dein Problem? Du gehst zuerst. Nee. Oh, jetzt ist mein Licht aus. Toll. Mann, Anna. Alter, hier. Ziege. Kann man die mitnehmen? Mann. Hallo. Ich folge ihr mal die Zeit. Die rennt doch jetzt bestimmt hier in irgendeinen Jumpscare rein. War die Tonne eben auch schon? Wie geil sich der Arsch bewegt, wenn sie geht. Wie geil sich dein Arsch... Hä, die ist doch hier. Müssen wir... Okay. Oh, ähm... 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 Okay. Scheiße, jeder. Wie mach ich das? Du brauchst jetzt nicht schlafen. Ich hab nichts gemacht. Oh, warte, ja. Äh, ey! Was, wir müssen 10 Ziegen anzünden? Ach, halt's Maul, Alter. So. Ist der über uns? Ja, das klingt so, ne? Weiß ich mir, ich hab keinen vertikalen Stereo. Äh, hier war noch eine Treppe hier vorne. Ich hab keinen vertikalen Stereo. Da... Okay. Ah! Oh Gott! Nein! Nein! Die trägt mich durch die Wohnung! Wir haben die Ziegel verloren! Die trägt... Du hast mich gerade verloren, es ist die... Ja, meine ich doch! Fick dich! Hör auf zu heulen, Mann! Entschuldigung! Meine Fresse! Danke! 3 von 25... Ey, ist hier! Komm her! Ja, jetzt rennt ihr wieder! Schreist du nur so? Das bringt sie nicht um. Kommt sie raus? Sie kommt raus. Das ist nicht cool. Auch wenn man nicht an allem feststecken würde. Pass auf, die Mulle ist hier. Ich glaub, sie ist schneller als... Ja... WTF? Äh, hier. Hier ist sie. Scheiße, hier ist sie. Ich glaub... Ist dir egal. Geh mal weiter. Anna! Anna! Was geht? Ah! Wir können ja auch von oben rein, dann haben wir es nicht so weit. Ah! Das Ding hat mich! Ich... Oh Gott! Komm hervor, ich hab die Scherke, die ich brauche! Höh... Höh... Halt doch deinen Rand! Ah, hier. Ich hab die Fress und frisst. Nimm du mal, ich kann mal sehen, wie das aussieht. Hm... Nee. Okay, wo ist das... Wo ist das... Heu? Du hast es in der Hand. Was? Ja! Oh! Voll. Tja, wie mach ich das jetzt? Rennen einfach, lass mich hier liegen. Komm nicht rein! Komm nicht rein! Was ist das? Oh, ne Cut singen. Oh! Sogar mit Ending! Schon ein bisschen cringe. Nein! Das haben die nicht gemacht. Kannst du nicht glauben, ey. Nee! Die Map haben so viele Leute recycelt. Hahaha! 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 Kannst du bitte noch behinderter Lachen? Bist du gleich hoch? Ja! Mach doch das mal systematisch! Hier ist auch ne Treppe nach oben. Mh... Mach das mal ein bisschen systematischer. Guck dich um! Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Hahaha! Hier ist ne Klamotte unterm Spiegel. Nimm mal auf jetzt! Ja, okay. Wir müssen hier dann. Mein Gott, Alter. Da sind wir echt raten, ne? Oh! Roter Keller. Ich glaub, da warte ich auf dich. Ähm... Na? Ist sie jetzt weg? Ja! Schön! Ähm... Alles. Oh! Okay, also wir haben jetzt die... Hast du die Klamotte hier unter der... Ähm... Ja, klar! Okay. Was willst du eigentlich von mir? Ah! Komm! Sieht schon eng aus. Jetzt bin ja auch ich. Na toll! Hey, mach doch nichts. Jetzt renn einfach vorbei. Auf deine Verantwortung. Fuck, hat nicht geklappt. Okay, guck mal weiter. Ähm... Guckst du im Rollstuhl? Sag mal! Was soll mir das jetzt für ne Message geben? Bin jetzt nicht korrekt. Dass diese Anstalt hier behindertenfreundlich ist? Ähm... Du bist ein Wechsel, Alter! Na? Ist dein Ernst? Okay. Jetzt und dann müssen wir die schocken, oder wie? Die Ratte wird einfach still. Bist du schockiert? Nein! Was sind du? Ich höre hier Stimmen. Ja, die ist über uns. Sie kommt. Okay, ich glaube wir haben ein Problem. Wir kommen nicht an ihr vorbei. Komm, zurück. Zurück. Ja, dann müssen wir sie hier rumlooten. Oh! Oh! Ich glaube sie hat mich gleich. Ja, sie hat mich gleich. Ah! Oh Gott! Ähm... Diese scheiß Fressen immer! Rauch auf die Fressen! Was ist hier? Hi! Nee, das bist du. Warte mal. Auch zu heulen, Mensch! Sie ist aber auch hier unten, ne? Also... Oh, mir egal. Äh, hallo? Kannst du mich vielleicht erstmal beleben? Aha, hab ich doch! Was ist denn passiert? Ja, aber zu Ende, bitte! Ja, sie ist unter mir her. Die sind überall ratten. Oh mein Gott, Holly. Das ist nicht so geil, als wenn die aus dem Rohrstuhl fliegen. Das klingt ganz falsch, das könntest du rausschreien. Ähm... Mach dich schon ein bisschen nervös, da ist sie. Da ist sie schon wieder... Ah, Alter! Mein Gott, Julia, sag mal, warum rennst du denn mal in die Reihe? Was soll denn da? Sie ist in mich reingelaufen! Nein, so bist es sie! Check diese Pose nicht. Was soll man das sagen? Oh! Hinter dem Tag. Äh, ja, da kommt noch einer aus der Wand. Kommt sie ran? Ne, sie kommt nicht ran. Alter, was ist mit euch Rollifahrern los? Ist echt so, ne? Warum läuft die nicht einfach? Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Oh Gott! Weißt du, ich musste einfach den scheiß Rollifahrer wegmachen. Okay, out of context. Also nochmal einen Rollstuhl. Kannst du's rausschneiden, bitte? Wie viele Ratten haben wir jetzt eigentlich? Fünf, oder was? Immer noch vier, ich hab die eine nicht angemacht. Boah. Abbruch? Ja, ich find schon. Können wir uns bumpen. Geil. Klar will ich in die nicht bumpen. Diese Animation. Okay. Ja, ich glaub sie kriegt mich gleich. Hab's abgeschüttelt ist gut. Die ist oben, pass auf. Oh Gott! Warum legt der ein Gestroh? Warum hast du keine Maske auf? Dann lass ich dir einen Keim. Warum können wir nicht einfach erst alle Ziegen reinlegen und dann verbrennen? Scheiße, sie ist hier! Ah! Oh Mann, ey! Guck dir das an. Meine Siegel ist viel toller als deine. Oh, warte, warte, hier ist noch einer. Ah, die ist hier. Ich weiß nicht, wo ich reinlach, das ist so blöd. Okay, im Fernsehraum ist keiner, ja? Ach, die Tür zu! Mach die Tür zu! Mach! Pff, mein Fernsehen! Oh! 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 Okay, weg hier! Alter! Taschenappels weg hier! Ist die Tabelle? Und Hörner? Hatt ihr die Hörner? Oh, neues Ending! Oh, sie hat uns in den Ziegenkäfig gesperrt! Kinky! Kinky! War nur ein Kamister? Ach halt's! Maul! Nee, doch nicht. Nee, fix das nicht. Doppelkontrolle. Warum findet sie mich hier draußen? Das Spiel, ey. So blöd? Ja, ich wollte mich kurz verstecken. Okay. Oh Mann! Ich glaube, ich sterbe lieber. Okay! Sag mal! Hast du einen Schlaganfall? Verbrenn dir einfach beide. Dann sind wir bei 8, ne? Okay, jetzt ist sie wieder aggro. Sie sprintet, sie kommt durch den Haupteingang rein. Okay, das war's wohl. Ich hab nicht genug Flashlight. Ja, es ist zu zweit halt einfach zu schwer. Okay. Ich bin Kai. Schöne Robe hast du da. Geil! Perfekt. Hier ist ne Ziege. Oh, du ist tot. Lebt die noch? Alles klar. Breakfast Room. Frühstücksraum. Ernst? Darf da nur rein zum Frühstücken weh? Du machst da drin Abendbrot. Geil! Nehmen wir mal mal Heu wieder mit. Oh, die ist hier. Ah! Rende. Oh. Taschenlappe aus dem Keller rennen. Ich bin fest! Ich hänge fest! Ich hänge fest! Ich hänge fest! Oh, ich hänge auch fest. Oh Gott! Oh Gott! Hat sie dich? Ich weiß es nicht. Oh, ne, die sind verschwunden einfach toll. Okay. Oh Gott. Warte mal, sechs und zehn. Okay, ich hab die siebte. Richtig? Okay, ja. Ab der achten dreht sie richtig durch. Ja, wenn wir acht verbrannt haben oder jetzt schon? Sie ist kurz, sie kommt. Ach, die macht jetzt schon, dieses Geräusch. Nein! Ich renne vorbei. Ach, scheiße. Sie ist jetzt schon mit Blitz. Ja, einfach mit Blitz. Oh Gott! Oh mein Gott! Wenn sie auf uns zukommt, bitte opfer dich, sonst verliere ich die Ziege. Da kann man sich gut drum verstecken und da ist meistens ne Ziege. Da ist schon eine drin. Ich frag mich grad, ob du dich irgendwo draußen verstecken sollst, bis Andi und ich irgendwie ne netze Ziege gefunden haben. Das macht vielleicht Sinn, dann hocke ich mich da irgendwie ins Gebüsch. Ja. Oh, sie ist drin. Oh Gott! Ja, aber ich glaub, sie kriegt mich. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Mach sie bereit. Okay, zum Pod. Okay, okay, okay. Das könnte jetzt der Moment sein, wo wir es schaffen. Bis hier? Ja. Ich weiß, sie kommt. Ja, ja, wir sind da. Keine Säure. Zünd schon mal an. Achso, kannst ja gar nicht. Los! Ja, Mann! Was ist jetzt? Weiß ich nicht. Musik. Oh! What the fuck? Okay. 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 ARD Text im Auftrag von Funk Geil! Wir haben es geschafft! Oh, endlich! So eine Genugtuung! So, der Asylum ist morgen drin!